Hallo Leute, willkommen bei Anno 1404. Dieses Teil 12. So, große Weltwunde habe ich ja letztes Mal nicht geschafft, aber ich denke mal so die direkt drohende Pleite... Ja, das stimmt, das hast du, du Schlingel. Also die drohende Pleite ist jetzt erst mal etwas weiter weg, aber wir machen immer noch ständig 259 Minus. Das heißt, ich habe im Prinzip zu viele Unterhaltskosten. Und mal gucken. Die Bilanz, ja, das ist das Minus, genau. Ja, die Gebäudekosten sind einfach teurer als das, was ich durch meine Leute reinkriege. Und, aber ich muss die Leute besser versorgen, damit ich mehr habe. Kann hier irgendjemand aufsteigen? Nein. Das heißt, die Versorgung ist immer noch nicht optimal gelöst. Wahrscheinlich bräuchte ich auch mehr Leute, weil anteilig müssen immer so ein paar Bürgerhäuser da sein, damit Patrizierhäuser aufsteigen können. Aber ich gucke jetzt mal, wie es... Ja, das ist gut. So, ich gucke mal, was wir hier so haben. Also sehr viel Holz. Gar nicht so viel Fische. Ich sollte vielleicht hier auch noch eine... Fischerhütten aufbauen. Oder verkaufe ich die Fische? Ich verkaufe Fische. Also, ich höre auf, hier Fische zu verkaufen. Gut. Und ich verkaufe auch Most. Das wäre auch dumm. Und... Ich kaufe Kleider ein. Das freut mich. So, Kleider sind irgendwie immer zu knapp. Ja. Okay. Und wo erfahre ich noch mal, was die alles brauchen? Das ist die Diplomatie. Eine Fischerhütte. Mal gucken. Ah, hier wird wohl nicht genug verkauft. Das ist aber schade. Hm. Ja, hier ist es. Eine Menge Zeug. Soll verkauft werden. Also es sind zu viele Fischerhütten. Und dann stoppe ich mal zwei davon. Und lasse erst mal die eine weiterlaufen. Jetzt gucke ich wieder in Gold fort. Weil letztlich ist das hier der Schlüssel zum Erfolg. Jawohl, jawohl. So. Und es hapert an Klamotten. Mal gucken. So. Na, der ist immerhin euphorisch. Klamotten. Ist das hier? Ja. Sie haben sogar schon Lederwämser. Wo kriegen wir denn die her? Hm. Und die Leinenkutten sind... Sind nicht erfüllt. Aber es reicht ihnen. Diesem hier. Und die da? Na, das sind die Bauernhäuser. Bei denen fehlt die Kirche. Ah ja, okay. Und das ist jetzt ein Patrizia-Haus. Oh, hier haben wir einen direkten Bruch. Gar keine Bürgerhäuser dazwischen. Die haben wir mehr hier. Ja. Hm, da fragt man sich, was fehlt denen, um aufsteigen zu können? Hm. Weil, wenn die aufsteigen wollen, müsste man hier eigentlich solche Pfeile sehen. Tja. Weil das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Und hier, das ist auch ein Bürgerhaus. Ja, aber überall ist es so ein bisschen knapp mit der Kleidung. Gut. Dann muss ich einfach mehr Kleidung herstellen. Und die hier... Ja, sind wohl einfach voll ausgelastet. Jetzt gucken wir hier nochmal. Klamotten. Wo sind denn die Klamotten? Hm. Da, da sind die Klamotten. Zu wenig. Okay. Dann gucke ich jetzt nochmal, wo ich Klamotten produzieren wollte. Sinn würde es ja hier machen in... in Schafsbrück. Da habe ich jetzt auch schon mit diesen ordentlicheren Produktionsdingern angefangen. Und man kann hier Hanf anbauen. Dann könnten wir auch Klamotten herstellen. Und haben die Werkzeug... Jawohl. Ich probiere das mal. Hier Klamotten herzustellen. Das kostet dann natürlich einiges. So. Bitte, bitte. Markthaus. Tja. Jetzt müsste ich genau wissen, wie viel Platz ich brauche. Im Zweifelsfall muss ich es dann wieder abreißen und neu bauen. So. Jetzt halt mal die Schnauze, mein Lieber. Ich muss mich hier jetzt nämlich konzentrieren, um zu wissen, wie ich das am besten baue. Das ist gut. Das freut mich sehr. So. So. Ich probiere mal, ob das hier passt. So. Das hatte ich ganz viel geübt. Als ich aktiv Anno gespielt habe. Aber das ist schon einige Wochen her. So. Das ist halt der Nachteil. Wenn man viele Spiele spielt, dann spielt man einige Spiele auch mal eine ganze Weile nicht. So. Jetzt brauche ich hier Hanf. Eine Hanfplantage. Jawohl. Und da setze ich hier eins, zwei, drei, vier hin. Und jetzt baue ich die Felder. Geht das so? Ah, das baut automatisch Felder. Felder anlegen. So. Und wie dreht man die noch mal? Hi, hi. Ah, so dreht man die. Wie viel brauchen wir? Vier. Die kriege ich doch hier gar nicht unter. Doch, doch, doch. Die kriege ich da unter. Weil das ist ja das Markthaus. Okay. Super gut. Das hat schon mal geklappt. Jetzt hier. Drehen. Mit R. Und das passt jetzt nicht. Okay. Dann muss ich alles abreißen. Okay. Und zwei Felder nach links. Nach rechts setzen. Gut. Abrissmodus. Zack. 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 Den Weg. Das ist auch wichtig. Den muss man vor dem Markthaus abreißen. Und wie merke ich mir jetzt, wie ich das Markthaus versetze? Ah, ich könnte hier einfach eins, zwei, drei. Ich mache den Weg schon mal. Und zwar nicht hier, sondern zwei Felder weiter. Na, komm. So. Okay. So. Gut. Jetzt reiße ich das Markthaus ab. Und baue nochmal neu. Weg. Weg. Okay. Ah, hier fehlt es noch. Gut. Und jetzt. So. So. Ja, immer gerne. Oh, 1100. Wow. Der hat jetzt Waffen in Wolfshafen gekauft. Die habe ich da ja produzieren lassen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Jetzt Felder. Ich baue erst mal hier, falls ich da wieder irgendwie was verpeilt habe. So. Das sieht jetzt gut aus. Sehr gut. Felder. Und dann muss ich natürlich noch Webereien, oder wie das heißt, bauen. Die könnte ich aber am Hafen bauen. Danke für die Segnung. Oh. 1800. Der hat auch Waffen gekauft. Und der Ruhm ist gestiegen. Also das mit den Waffen war wirklich ein guter Tipp. Ich hoffe, dass die dann nicht alle Waffen haben, um mich dann anzugreifen. Das wäre ja tragisch. In echt würde sowas wahrscheinlich so passieren. Hier jetzt zwei Kleiderläden. Also nein, natürlich keine Kleiderläden, sondern Webstuben. Und wir sind hier in Schafsbruck. Der Most wird jetzt gut abtransportiert. Mal gucken. Ja, es ist gar nicht mehr viel da. Dann werde ich diese Route jetzt ändern. Das hier kommt weg. Und stattdessen Klamotten. So. Ne, umgekehrt. Klamotten. Klamotten. Ja. Und dann sehen wir mal, wie sich das entwickelt. Und wenn die Überschuss haben, dann könnte ich natürlich auch Klamotten verkaufen. Aber jetzt sollen die erst mal machen. Das ist die Seeigel. Oh, die hat nur 21. Tja. Da habe ich das jetzt zu spät eingerichtet. Nächste Mal. Die müssen ja auch erst mal die Klamotten produzieren. Noch haben wir ja gar keine Klamotten. So. Ja, aber das müsste eigentlich bald laufen. Oder? Seid ihr fleißig? Ja, ja. Die rennen hier durch die Hanffelder. Das ist gut. Und die Weber? Ja, die scheinen auch aktiv. Gerne, gerne. Keine Produktion. Weil sie noch keinen Hanf haben. Wie sieht es denn aus? Produziert ihr Hanf? Ja, geht langsam los. 100 Prozent. Da muss man aber einfach ein bisschen geduldig sein. Da mache ich jetzt mal ein Screenshot. Von meiner schönen Klamottenproduktion. So. Sieht doch echt hübsch aus. So idyllisch. Gut. Jetzt gehen wir mal zurück in die Hauptstadt. Noch kriegen sie ja nicht genug Klamotten. Das heißt, hier wird sich jetzt auch nichts großartig geändert haben. Irgendwann sollte ich dieses hier auflösen. Aber ich schätze mal, ich baue das dann nicht mehr hier, sondern auf einer anderen Insel. Zum Beispiel in... Wie heißt das Ding? Schafsbrook. Gut. Dann gucken wir hier noch mal nach dem Rechten. Da ist ja irgendwie gar nichts los. Die haben inzwischen aber Werkzeug. Da könnte ich jetzt was bauen. Das ist gut. Steinmetzhütte. Holzfällerhütte. Das... Ja, das will ich hoffen. Die produzieren so gemütlich vor sich hin. Aber das Werkzeug haben wir wohl eingekauft. Hier kann man Trauben anbauen und Bienen kann man anbauen. Brauchen wir alles noch nicht. Und veränderbare Ressourcen. Jawohl. Steine. Steine. Sohle. Kohle. Bärenhöhle. Birnhöhle. Eisennicht. Okay. Oh ja, er hat 1.990. Das ist gut. In Wolfshafen laufen gute Geschäfte. Soll ich das hier einfach erst mal so... so... halb... halb inaktiv laufen lassen? Ich meine, es wird ja offenbar gehandelt. Jo, das hoffe ich auch. Ja, ich könnte hier noch eine Fischerhütte hinstellen und auch noch Fische verkaufen. So. Dann läuft das so gemächlich vor sich hin. So. Eingekauft, verkauft. So. Gut. Und Wolfshafen scheint sehr lukrativ zu sein. So sieht es gar nicht aus. Aber die Fische gehen nicht weg. Vielleicht ist das ein Fehler über... Obwohl, die habe ich Alarm gelegt. Man kann also nicht sagen, dass die nicht weggehen. Hm, das ist so... Ab und zu wird da wohl ein bisschen was verkauft. Wow. Auch in Wolfshafen, 2076, hat Werkzeug gekauft und Waffen. Die Waffenschmiede, die rechnet sich so richtig. Die Frage ist, kann man da noch mehr machen? Wir haben hier die Eisenschmelze. Hier haben wir die Eisenmine. Okay. Gut. Die Eisenmine. Das ist das Markthaus. Ich denke mal, mehr gibt so eine Eisenmine nicht her. Da müsste ich noch eine zweite Eisenmine haben. Ich gucke einfach mal, ob es hier noch mehr Eisen gibt. Kohle. Kupfer. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, um das abzubauen. Oh. Okay. Karawanenführer Karim beliefert sie Karawanserei. Hallo, ja. Ja, was Doppelklick zentriert? Nee. Hm. Keine Ahnung, wie ich hier was tun kann. Aber ist ganz hübsch. Kann ich hier was machen? Man kann wohl von seinen Fähigkeiten profitieren. Die Karawanserei. Wahrscheinlich brauche ich dann auch irgendwie mehr von irgendwas. Ah, hier. Er kauft Fisch in Ranzingen. Das ist gut. Ein Stein vorkommen. Kupfer. Quarz. 65 rum. Ja, na, das ist doch gut. Okay. Also das läuft lukrativ, aber auf niedrigem Niveau. Ich denke mal, das lasse ich einfach mal so laufen. Und hier haben wir ja tatsächlich so ein paar Beduinen wohnen. Eine Werkzeugmacherei. Da sollte ich dann schon mal nachgucken. Aber erst sollte ich hier mal gucken. Die produzieren Gewürze. Das ist ja wichtig. Und dem fehlen Farmfelder. Dann versuche ich hier mal Felder drumherum zu machen. Wahrscheinlich hat mir da irgendwas gefehlt. Wie viel braucht das? Vier. Naja, das müsste ja einfach hinzukriegen sein. So. Okay. Oder hier auf der Seite. Warte. So. Hm. Da müsste man vielleicht daneben sogar noch eine hinkriegen können. Was kostet die? 30 kostet so eine Gewürzfarm. Ja, das will ich hoffen. Ja. Gewürzfarm. So. Einen Weg. So. Und jetzt braucht die auch Felder. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Und die haben das Lager voll. Okay. Ich produziere also jetzt zu viel Gewürze. Gut. Die hier auch. Tatsache. Na sowas. Lager voll. Wir verkaufen hier keine Gewürze. Das könnte Geschäfte bringen. So. Und ich könnte mit meinem großen tollen Schiff mal hier hinfahren und eine Fuhre Gewürze nach Golddingens bringen. Wo ist denn mein tolles großes Schiff? Ah, das liegt glaube ich hier. Da habe ich es zuletzt gesehen. Ja, du Lümmel. Ja, du Lümmel. So. Wo wollen wir hin? Ich glaube, das ist hier. Aschgabat. Gut. So. Hier soll es dir hinfahren. Okay. Mal gucken, ob es das tut. Wo ist es hin? Oh, äh, 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 äh. Ja, ich fürchte mich auch schon ganz doll. Ich gehe mal durch und gucke, wo meine Santa Barbara ist. Da. Okay, sie ist brav auf dem Weg. Gut. Eben hatten wir mal kurz Plus beim regelmäßigen Einkommen. Jetzt ist es wieder Minus. Aber wir sind hier schon auf 13.000. Das heißt, insgesamt steigt das Geld. Das ist doch sehr gut. Jetzt gucken wir hier nochmal. Inzwischen müssten eigentlich ein paar Klamotten angekommen sein. Ja, sieht schon etwas besser aus. Mal gucken. Ja, hier, die Klamotten sehen jetzt sehr gut aus. Die Lederwämser fehlen noch. Da fehlt noch so einiges. Habe ich hier jetzt Aufsteigewillige Bürger. Ja, hier ist jetzt eigentlich alles erfüllt. Wie kann ich die jetzt aufsteigen lassen? Hm. Markt klicken. Aufstiegsrechte gesperrt. Kann ich hier irgendwie rumklicken? Nö. Tja. Wenn ich das jetzt wüsste. Aber ich baue einfach mal ein paar neue Häuser. Links klick. Ach so. Hier könnte wieder das aktivieren. Das will ich ja gar nicht. Naja. Vielleicht brauche ich einfach mehr Häuser. Mehr Bauernhäuser. Damit das funktioniert. Mit dem Aufstieg. Also baue ich noch ein paar Häuser. Denn hier passt ja noch was hin. So. Da passt nichts hin. Warum nicht? Baubereich ist geblockt. Na gut. Hier müsste ich wohl noch Straßen bauen. Da ist auch geblockt. Hm. Da geht's. Hier geht's gerade noch so. Ja. Das ist schon ziemlich ausgelastet. Hier muss ich eine Straße bauen. Da geht auch noch. Hier auch. Und ich denke mal, das bringt dann schon was. Und hier gucke ich mal. Da geht noch eine ganze Menge. Hier vorausgesetzt, ich baue eine Straße. Mal gucken. Wie kann ich denn hier eine Straße hinbauen? so. Aha. Mit Brücke. Aber gut. Das ist jetzt Straße. Dann haben die Anschlüsse. Hier aber nicht. Hm. Die auch nicht. Baubereich ist geblockt. Ja. Das liegt am Fluss. Ich denke mal, da mache ich die Straße irgendwie etwas anders. Die Frage ist, habe ich da einen Vorteil? Ich glaube nicht. Hm. Ändert wohl nichts. Aber ich habe jetzt hier ein paar neue gebaut. Ah, da geht noch was. Hier ist alles zu bergig. Tja, Pech. Da geht noch was. Haben die Straßen Anschluss? Ja. Da geht auch noch was. Und da muss ich aber die Straße, glaube ich, vergrößern. Ups. Was war jetzt das? Hey, hey. Nein. Nein. Hey, hey. Warum hängt das jetzt hier an der Maus? Das ist jetzt nicht beabsichtigt von mir, dass sich das hier so dreht. Ich habe schon Escape gedrückt. Ich mache mal Pause. Geht auch nicht. Alles blockiert. Ja, das will ich auch hoffen. Also, Escape nützt nichts. Was habe ich denn bloß falsch gemacht? Tolle Sache. Na gut. Ich denke mal, die Folge ist sowieso schon lang genug. Und ich werde bis zur nächsten Folge das Problem lösen, dass meine Maus hier im Kreis läuft. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.